Hey Leute, was geht? Ich bin's Conny und heute spielen wir mal zusammen Shellshock Live! Mit dabei sind heute Dielen Was, Roblox Victor, Roblox Felix und... Wer ist das da? Ich! Okay, ihr macht jetzt alle nochmal neu eure Begrüßung. Nochmal neu? Warum? Weil du es nicht aufgenommen hast? Ja. Nee, kannst du vergessen? Okay, komm, komm, ich muss dir meinen machen. Meine Begrüßung, mein Video. Okay, und den Graf nicht vergessen? Den Graf nicht vergessen? Den Graf nicht vergessen. Den Graf nicht vergessen. Doch, bevor wir mit dem Video anfangen, like das Video, abonniert den Kanal. Wovon redest du da? Red vom Graf? Das wollte ich gerade sagen. Und schaut, auf diesen Graf hier. Nur 50% von euch haben abonniert. Nein, bei mir sind es 10%. Endet das zu 199. Bei mir sind es 13%. Ja, scheißegal, Digga. Okay, wir nehmen eine zufällige Karte. Ich bin bereit. Ich bin auch sowas von bereit. Spannend. Deathmatch, vernichte deine Gegner. Wenn das funktioniert, dann nehme ich den Ehre. Okay. Es hat nicht funktioniert. Ha! Ha, ha, ihr Opfer. So, ich bin ready, Antons. Bist du auch ready? Boom! Wir haben gutes Positioning, Fuchs. Wir haben uns direkt darunter versteckt. Oh, stimmt, ihr seid da drunter. Wir sind halt die Pro-Planche. Ach, keine Ahnung, Feuer! Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Weil die scheiße sind. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind so nicht immer auf... Ey, ich meine Kings. Ich hab nur 10 HP verloren. Was? Wir sind so ein Schaub. Ich weiß es nicht. Das ist mein Wortschatz. Es tut mir leid. Wir sind so ein Schaub. Wir sind so ein Schaub. Was war das? Du hast fett passiert, Fuchs. Hab ich gehört. Ja, okay. Was machen die ganzen Waffen? Probier doch einfach aus. Ja, ausprobieren, Fuchs. Ausprobieren. Wir schaffen das schon. Keine Angst. Oha. Der wirft eine Granate auf mich. Naja, Flur, Flur ist... Oh, 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 oh! Ja? Knapp, knapp. Boah, ich würde jetzt gerne Sniper nehmen. Treffst du auch? Natürlich treffe ich. Ich hab schon eingerastet. Genau. Flur, Flur ist... Was ist das denn bitte? Oh nein! Oh! Oh, was? Ja! Ich hab nur Fuchs geschafft. Ich hab gemerkt, du hast mich direkt gehittet. Ja, natürlich hab ich dich gehittet. Ich weiß jetzt, wo du bist. Nein, weißt du nicht. Warte nur ab, bis ich einen Sniper bekomme. Ich kann mich nicht bewegen. Du bist ja schon hin und her gefahren. Aber diese Steine schützen dich. Ja, ich schieße jetzt in die Steine rein. Okay. Warum schießt ihr immer über uns rüber? Ich weiß es nicht. Knapp, okay, knapp. Kann es sein, dass du dumm bist? Wisst ihr, dass ihr auch zielen könnt? Ja. Okay, Louis, ich nehm jetzt meine Geheimwaffe. Okay. Oh! Auf geht's! Katze! Fritz Katze! Boom! Fuchs lebt einfach immer noch. Ich lebe. Er hat die Katze geschluckt. Haben wir euch schon einmal getroffen? Nein. Aber Fuchs, ich nehm jetzt meine Geheimwaffe. Ich nehm jetzt auch meine Geheimwaffe. Fuchs nimmt die Geheimwaffe sich näher an Viktor stellen, damit ich gleich euch beide treffen kann. Ich nehm jetzt auch meine Geheimwaffe. Ich auch. Was ist meine Geheimwaffe? Wie weiß ich das? Oh nein, meine Geheimwaffe ist scheiße. Ey, bei euch geht's richtig ab, oder? Ja. So. Aber ich hab keine guten Waffen eigentlich. Ich hab auch keine guten Waffen. Ich muss jetzt mal irgendwie... Ich weiß nicht, kommt der Luftangriff von links oder von rechts? Von oben. Ja, ich schieße über ihn rüber. Ja, weiß ich nicht, ich hab grad Circle Time gemacht. Achso. Ja, ich meine... Ah, er kommt von oben. Ich lebe. Ja, ich hab diesmal auch nie auf dich geschossen. Hä, was ist diese Drohne dort? Keine Ahnung. Viktor ist schlau und nimmt Abstand von Fuchs. Ich will zu meinen Steinen. Ich werde verkacken. Ich auch. Oha, als ob Fuchs einfach mit einer Sniper schießen kann und ich... Was? Opfer. Oha. Boah, was ist denn der Drohne? Boah, was ist denn der Drohne? Oha. Wow. Ernst? Wenn ich einen Sniper hätte, Fuchs wäre schon so tot. Also ich nehm Viktor, ne? Soll ich dann Fuchs einfach killen? Ja. Okay. Hähnchenschleuder gibt's der Viktor. Let's go, Anton. Bist du ready? Feuer! Oh nein, die Hähnchenschleuder schleudert. Oh. Oh, 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 oh. Boom. Hallo. Opfer. Opfer. Wie ist denn jetzt ne Zielscheibe? Ich werde jetzt die Re nehmen. Oh, mit der Sniper-Ohai. Nein. Nein. Oh. Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Aber leider hat sich Roblox Viktor nicht bewegt. Das heißt, er kriegt nen Aufschütter. Leben ist hart. Von mir kriegt er nen Roller, weil ich nicht so weit schießen kann. Oh. Ah, da ist das Portal. Ja. Nein. Oh, oh. Roller. Ich glaub, die machen gar keinen Schaden irgendwie. Ey, ey, Sean. Alles weg vom Zweifach-Schaden. Was ist das denn für ein Scheiß? Du kriegst von mir jetzt ein Gräberchen. Gönnen, Digga, gönnen. Ja, du kriegst von mir jetzt einen Zipper, weil was anderes hab ich nicht. Stabil. Hä? Danke, Luis. Danke. Ich kill Viktor und du killst mich, oder was? Das merke ich mir. Geil. Yeah. Ja, Jungs, wollt ihr ne Revanche? Ja. Gerne. Dann. Okay, seid ihr ready? Mhm. Warum habt ihr eigentlich immer first, Troy? Egal, wir ficken euch trotzdem. Leben ist hart, Digga. Ich hab Angst. Luis, die wollen uns erschießen. Nein. Kann ich anlocken? Ich hab krass verkackt. Ja. Hopper. Ich hab verkackt. Hopper. Ich hab fett verkackt. Oh nein. Deswegen wollte ich eigentlich anlocken. Ich hab fett verkackt. Du hast meine Panzerung beschädigt. Warum hab ich eigentlich Panzerung und du nicht, Anton? Weil ich keine eingestellt hab. Ich bin nicht so ein Suchti wie du. Ja, gibt nen Mega-Bagger jetzt für dich. Danke, Bro, für den Support. Ich weiß aber nicht, ob ich treffe. Ich glaub, ich treffe nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich treffe. Nee, ich treffe nicht. Schade. Doch. Krallt. Oh, das war so knapp. Der wär abgekrallt. Ja, das war echt knapp. Aber egal. Lass erstmal Fuchs K.O. machen. Ja, erstmal Fuchs wegmachen. Warum redet Fuchs eigentlich nicht? Ich hab noch nie dieses Spiel gespielt. Ich bin überfordert. Roblox-Fedic. Oha. Nein. Oh doch, perfekt. Oh. Nice. Ich dachte, das wird jetzt auf kurz fallen. Ich werde mal meine Facecam. Ich mach die mal hier runter. Alles klar. Danke, Bro. So. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, da ist die richtig gut. Ich mach jetzt einfach mal auf gut Glück. Ja. Wurde hast du hingemacht? Ich mach jetzt auch einfach mal auf. Oh, das Ding ist irgendwie. Ja, da ist was im Weg, Louis. Ja. Louis, du hast deine Facecam hin. Äh, unten, unten links in den blauen Bereich. Unten links in den blauen Bereich. Ja, da macht sie sich. Ah, na. Mit der Sniper auf das Ding. Warum, Louis? Oh ja. Ah, deswegen. Das war meiner. Nein, das war meiner. Ich hab den Schaden bekommen. Da steht 100 von Connectoren. Nein. Ich hatte eben Angst, dass deine blöde Sniper zurückkommt und wieder mich trifft. Ich mach Schaden. Oh. Ah. Oha. Louis, du wirst gefickt. Nein, ich werde nicht gefickt. Oh. Doch, du wirst gerade gefickt. Nein. Nein, ich hab Feuer gedrückt. Welche Waffe ist ausgerüstet? Hm. Hast du Feuer gedrückt? Ich hab jetzt deine Waffe noch gewechselt. Oh, hat nichts gebracht. Gut, ich hab aus Versehen auf Feuer gedrückt. GG, Fox. Nein. Oh nein, fuck, 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 fuck. Was war das für eine Scheiße? Das Ding geht durch den Boden nochmal durch. Oh, was ist hier für ein Scheiß? Geht's doch, Louis, du bist tot. Was macht das Ding da? Einfach schwarzes Loch oder was gibt's denn für dich? Es saugt seine Schüsse auf und sind weg. Fuchs, du kriegst jetzt ein paar Schocks ab. Nein, nein. Aber ich... Aber ich... Diese Soundeffekte von mir. Oh, der war aber nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Scheiße. Aber jetzt bist du am Arsch. Anton, komm nicht hier runter. Na gut. Anton, komm runter. Komm, der... Ja! 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 Aua. Ripp, Fuchs. Das war ein bisschen Overkill. Mein Zipper hat nicht mal was anrichten können in der Zeit. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Ich nehme einfach mal diesen. Warum redet Fuchs eigentlich nicht? Fuchs ist tot. Ich glaube, ich knall die Büro gerade anfangen. Tote können nicht reden. Ich glaube, Tote können nicht reden. Tja. Also. Es ist die letzte Zeit. Oh, neue Muni, Alter. Oh, danke. Danke, Jesus Christus. Gar kein Thema, Bratucha. Anton, hast du seine Leinen? Nein. Ja, ich bin tot. Schade. Es war schön zu leben, meine Freunde. Ich habe einen Helikopterschlag. Wenn ich den treffe, das wäre top, aber ich glaube nicht. Ja, wir haben sowieso gewonnen, Louis. Oh, 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 komm, komm. Oh. Oh, Mann. Es war schön zu leben, meine Minecraft, Freunde. Ehrenhaft. Siehst du, Anton, ich habe doch gesagt, wir sollen im Team sein. Ja, Mann. Es war überhaupt nicht unfair, dass wir den Anfänger zusammen mit den Anfängern ins Team stecken. Oh. Wir sind beide Level 19 und Level 26. Ich glaube, wir haben die besseren Waffen. Wir bekommen gerade tausend Waffen. In der ersten Runde hatte ich keinen Sniper. Yeah, ich habe den V-Ball freigeschaltet. Boom. Gut, das war's dann, würde ich sagen, oder? 17 Minuten aufgenommen, das heißt, das war's. Ende im Gelände, Schicht im Schacht. Ihr könnt abonnieren, wenn's euch gefallen hat und ihr könnt das Video liken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's und ciao! Ciao, 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 ciao!